Warum fährt er denn weg? Ey, 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 so nicht. Pass auf, du Gülle, Mann. Na, passt schon, ich höre ihn so. Oh, ich hätte ihn getötet. Ich hätte ihn getötet, wenn er mich getötet hätte. Das nervt voll und stöhnt, wie wenn die FPS runterglitscht, runterglitscht. Fühlt sich ja zu komisch an. Oh, komm schon, du. Kackbratze, ich krieg dich. Wo waren hier nur ein Gegner? Wo? Das ist ja versteckt. Laufen die ob hier lang, stich gern nicht. Ah, da vorne kommt schon, komm schon, komm schon, ich töten, mich töten, mich töten. Stehen, bleib stehen. Hm. Da, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hahaha, da habe ich es ihm gegeben. nachladen war es einer zu fuß unterwegs nicht mehr lange auch hoho hoho ho 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 ah schön ich erköpte da immer diesen bordstein gestolpert ist nicht gestorben ist nur gestolpert beim fall gestorben ja nochmal seine verletzung war zu groß kraftsächtig kann keine überlegen auf den kopf gelandet leider ich stehe in die strafe das ist noch der natalerie netter versuch hat der kampf umfeld gemacht weiter was sie abgeht alles explodiert Hilfe bei kill 83 Geilo ich krieg keine Kills mehr ich krieg nur noch Hilfe bei Kills ja ich möchte gerne lauter werden aber da hinten seh ich schon einen Gegner die auf mich schießen oh ne die Artig Teilerie schießt auf mich als aus geh ich nicht alles rein ah ne ah ne leck mich geh ich weg wenn der der Jablinde da oben schon steht irgendwie ist die Position die ich habe nicht so geil haben die war mittlerweile C und 2 genommen ja geil dann meine Panzer Künsten deine Panzer Künsten ja bist du auf der kommt ein Panzer du Künstler der ist er weggeplatzt ja aber wo ist der Typ auch weggeplatzt ist er tot? ja gut es wird in die Luft geflogen ja noch drei Schuss übrig ist meiner Small nicht gut ist voller geile Art hier kann man perfekt jetzt immer was los ach fickt euch ja kein Wunder wir kommen ja auch dazu dass die zweite Stelle wo die hinkommen wenn die hier angreifen ich werde von irgendwo erfasst die Art die trifft auch die ganze Zeit oder nicht und da hinten und da hinten kommt ne Dingens und das äh destroyer von hinten kommt da glaube ich oder ne der fährt die Autobahn lang also ziemlich sinnlos komm der ist meiner 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 meiner Ah Heli abgeschossen boah schreck mich doch nicht man ich hab' Heli abgeschossen aber jetzt werde ich von auch irgendwo abgeschossen was ist das denn ah leck mich was sind das für stabile Wände die hier verwenden ey sehr stabil halten Panzerschüss in den Stadt da hast du dich gezeigt du Sack so das wär erledigt ab geht jetzt nach oben äh mach die mal ja mach die grad mich spawnwapen oder nö eigentlich noch nicht und zack auch nicht auch Raketen tun weh echt krass hätt ich gedacht ach zimmig echt nicht erwartet dass Raketen wehtun ah ich hab doch eh nie nen Helikopter fährt er da lang ha 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 da wollte er dann nach vorne rennen ja ja meine träume werden lieber ich treffe nie war so coolen treffer 7 0 ist doch ganz schön ja ja die erste runde war total fail und die geht jetzt voll ab ne ne was sind das so dann wieder reparieren na mach mal oh da hat meine den ganz voll hasern abgekommen na toll jetzt kann ich wieder zu fahren suchen hm ich nehme ein quad und mache selbstmordkommando hat werden oder ich hole mir irgendwas zu fahren ich war in die base rein vielleicht bin ich da jetzt zum voren wo wir hatten dann geschossen jedenfalls keiner von uns hoffentlich steht da was hoffentlich steht da was hoffentlich steht da was wow wow super hardcore track oh yeah da steht was so da wird der zart gefistet na wo bist du äh ich bräuchte ja ja hier sind zwei panzer der ist ein bisschen knapp bei mir gerade ey du Affe Eli warte 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 jetzt stürzt da Passer ne leider nicht go wo steht denn ein gegner boah viele mini da rumliegen hier ist ja jeder zehnmal tot der ist wir hatten ja ich bin getötet aber ich bin gestorben aber ich bekam noch ein kill eine werte hat mich anscheinend mit dem werkzeug getötet ja aber ich habe 8 1 braun bier war ist der zufällig jung ist ein gramm ja 100 jaja den habe ich getötet ich möchte selber mit einem panzer ich fand das kratzer und heiß schließlich ich war jetzt die ganze zeit am leben aber problem ist ja immer noch eine falsche sache hier reingepackt bei meinem panzer der einen sache nicht reingepackt hätte können hätte ich viel mehr da magik und machen können fliegen da auf nicht weg sagt lauf nicht weg ah daneben ja noch nicht die ort da tut er sich selber ohne ein kill zu bekommen also das schlägt hier mal wieder ein die schweizartige schüsse ich habe ein panzer wieder war nur von den panzers to strong for you 2000 so strong form so ganz schön interessant war doch nicht sogar das brauche ich doch lieber nicht das brauche ich dann muss brauche ich denn er hat ein spiel trotz dreimal zu fliegen oder nicht mehr nach mann kommt noch zu mir du bist ein guter bodyguard für meinen panzer ich nehme einen eigenen panzer bei diga krieg keine kill du bist mein bodyguard ich komme mal zu dir enge mal ein gegner ist bei dem kummer kaum wenn ich nicht mehr da schon nehmen die hier ein und ich war sein aber ich hätte gerade eben das ding einstellen können dass ich brauche man wird sich mal wieder ja egal ich hab so gleich irgendwie da versteckt sich irgendwo an habe ich keinen bock ihn zu suchen warte mal da ist er rausgesprungen und ein zack na boah wie schnell ich ein double kill geholt habe ein schuss auf den panzer tot ein schuss auf den necken panzer der auch so sobald die gart jetzt ändern sich die kind jetzt krieg ich die und du nicht ja ich gebe er zurück auf meine alte position ich kratze den arsch naja als kann ich selber kratzen nachher gaben mein panzer der arsch gekratzt also wäre wo aus jura mein arsch ist gehört mir und ich hier alles meins nein du wolltest ihn wohl markieren das ist dein territorium ist oder was ist schon ich bin hetero ist schon mein territorium ich bin hetero ich bin hetero du dreckigen jaha schlecht ich weiß was einer gerade versuchen wollte was er wollte mit einem squad dass er mit c4 gepackt hat mich töten das heißt rausspringen aber du hast ihn davor abgeschossen ne davor hat mich das squad überfahren und er hat kein kill bekommen cool ne ja ok also er hat dich überfahren und dann ne ne der ist ja rausgesprungen das ding zu zünden aber bevor er zünden könnte zünden könnte so und er bekam kein kill und du bekommst nur ein death ja ja bevor er gezündet hat das ding hier hat er mich überfahren deswegen also voll nein ein little bit reparatur allmählich mal würde ich sagen sprut sd was ist das denn panzer nur weil von bord er mich getroffen von hier von meinem arsch ich will mein panzer wieder nein der sagt dann schon über den anderen aus nein der sagt dann über den anderen aus der sagt dann über den anderen aus jetzt sag ich wieder warten auf mein panzer oder wie sieht es mit dem aus ich nehme diesen tank des tages haha ausgetrickst ja das ist der tank des tages heftiges gerät ane wo ich hatte wenn aufsteigt dass man genau da aufsteckt wo man hinguckt und ich habe zum panzer hingekommen hat genau in den moment geschossen verdammt das brauche ich was brauche ich habe hier im panzer am arsch einem panzer aber nicht bei dir ich will auch tun dazu machen wir mehr schaden oder zwei einzelne panzer ich weiß aber trotzdem du spaß dir was weiterfahren ich wollte nicht weiterfahren schon hast du den helikopter sterben sehen er war mein arsch doch nicht aber du bist voll in mir erhält es mal so Ihr seht mich nicht. Der Panzer brennt. Doch einen Hit hätte ich gebraucht. Aber er tut gut. Schade. Schnell mal Elbohr her. Blinken will ich. Abraham. Komm, parier schneller. Dann kann ich es benutzen. Ein paar Leute zu töten. Das wäre voll nice. Ja, es matcht doch schon mal viel besser als das mal eben. Oh ja. 11,3. Finde ich sehr nice. Helm sind alle tot auf einmal. Und Knopf. You don't know. Ach, verdammt. Was ich knoffe, ist, dass ich jetzt voll Epic Battle gegen einen anderen Panzer mache. Und dass er miesen Vorteil bekommt, weil mich gerade eine... Was mache ich hier, ey? Oder was? Ich fahre wie so ein Besoffener. Boah, ey, was war das denn, ey? Schießen die so billig doppelt mit Raketen auf mich. Jetzt lasse ich jetzt nicht auf mir ruhen. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Voll Arsch, ey. Ich will den Killen, den Scheiß. Kackpratze. Ich bekam zwar die Disable-Vehicle-Effizienz-Zwippen, aber... Komm runter, komm runter, der ist schon mal schau, verdammt. Goldfahre. Combat Efficiency oder was? Nein, Disable-Vehicle. ich habe so viele fahrzeuge zerstört nein ausgestiegen wo ich sage ihn ich bin inzwischen schon wieder gestorben habe immer noch nichts gewechselt ob ich gewonnen ja wir 21 noch ein letzter schuss neues doch ist doch schön mit der elf vier das habe ich 17 5 dann damit darauf gestorben ja ich fand ganz okay anti-vehicle weil wir disable vehicle und armoured warfare ist wieder xp oder was weiß nicht weil ich bekam dazu solche punkte ist nicht ist nicht hier co w was ist das für eine worte diese ding dazu schießt die rakete schießt und dann noch lenken kann cool das werden wir rausgehen dann werden dann party und machen dann aber weiter und wir sagen dann kannst du so bis zum nächsten mal